Taaas! Wo soll mein Kollege parken? Alles voll. Der Park bestimmt wird mal hinterm Haus. Hab ich doch gesagt. Jo, ja, im Wind. Wieso steht denn der Bus da so bescheuert? Ist der doof, oder was? Mumienschlepper, weißt du doch. Achtung, ich sprühe immer. Jo, schönen Feierabend! Nicht so zu. So, Temperatur. Da, da, da. Ich... Nicht stoßen. Okay. 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 Das ist ja Arbeit. Siebenmal okay. Siebenmal? Oder sechsmal? Wer weiß es? Schreibt es in die Kommentare. Wie oft muss man für einen Nachtrag okay drücken? So. Ein letztes Mal. So. Das haben wir. Das. Ach so. Ich wollte ja gucken. Google Maps. Google Maps. Wie es Richtung Kastel aussieht. Die Spannung steigt. Nix. 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 Könnt ihr sehen. Ja. Ja. Dann. Dann. Programmieren. Los. So, man. Zwei, drei Sachen in den Kühlschrank packen. Oh. 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 Geh doch auf. Scheiß Tasche. Die will mich doch auch ärgern. Einmal Water. Das trinken wir jetzt gleich. Einmal Coke. Einmal Monster. Oh geil. Zweimal Monster. Oh, noch geiler. Lass uns snacken. Oh. Oh. Na guck mal hier. Bevor ich das vergesse. Mein Sprüding ist jetzt leer. Weil die Patrone, äh ja, leer ist. Das packe ich jetzt schon mal ein. Weil dann vergess ich es nachher nicht. Was du heute kannst gleich einpacken. Das verschiebe nicht auf den Abend. Äh. Zack. Eingepackt. Schau mal durch. Darf ich mal durch. Danke. Danke. Und die Armlehne. Ach ja. So. Mal alles einstellen hier. Ach das ist ein Schraubverschluss. Dieses komische Döschen. Das ist auch... Die Idee ist ganz geil in der Theorie. Aber in der Praxis... Der kommt da kaum was raus. Wie ein Affe. Alter. Fenster offen. Dach auf, ganz wichtig, ganz wichtig, das Dach auf, die Dachluke auf, so. Ja, Navi sagt heute mal gar nichts. Machen Sie mal Platz da, ich will da durch da. Oh nie, jetzt spritze ich hier aufs Lenkrad. Boah, guck mal, ich komme, ich komme und das ist grün. Nein, mein Schlüssel. Oh, hier ist Fenster offen gewesen, mein Becker. Up and away, mein Schlüsselbund. Oh, da kommt ein Krankenwagen, fahren Sie hin, fahren Sie hin, fahren Sie hin. Langsam fahren, weil hier kommen so ein paar LKWs auf die. Danke dir, Kollege, danke dir. Kommen Sie rum, kommen Sie her, kommen Sie rein, kommen Sie hin, kommen Sie her. Du, da fehlt eine Hilfe von der Autobahn. Du, du. Oh, ah, ja, oh, ah, ja. Nein, oh, nein, ich habe doch gerade, ich bin doch, ich meine, ich, als wenn da einer hin uriniert hat, oh mein Gott, oh, da ist der, der geile, nein, umdrehen, umdrehen, dreh dich um. Neutral. Oh, nee, das droppt hier alles aus dem Laster, diese ganze Scheiße hier, oh, Alter. Na, C-Uhr. Nein, Feuer, oh, nein, naja, gut. So mit einer Hand. Wie ein Chirurg, der eine Wunde säubert. Ne, jetzt habe ich mich hier. Ja, spritze ich aufs Lenkrad, spritze ich mich selber voll. Die Tür will auch immer im Mittelpunkt stehen. Oh, Entschuldigung, habt ihr euch in den Kopf gestoßen, ja? Ja, unter der Matte ist alles sauber, sauber. Diese Tür, ne? Freundchen. So, Freitag mal mit dem Hochdruckhahniger drüber, über die Matte. Ansonsten würde ich sagen, monstermäßig, Fortspiel, sauber. Mission Schlüsselrettung. Da hängt er, guckt mal. Da hängt er. Es ist windig worden, meine Herren. Ja, nu, das war so nur nicht geplant. Dieser Stopp nach zwei Kilometern auf der Autobahn. Voll geil. Einsteigen, Freiko. So. Laster wieder rein. Schlüssel. Tasche. Anschnallen. Ne, klebt nichts, alles klar. Alles in Ordnung, alles gut, gut, gut. So. Ihr wisst, das Höschen. Mein Gott, Walter. So. Jetzt halte ich dich fest. Ne, besser, ich trinke dich aus. Und jetzt machen wir, nachdem wir hier auf der Autobahn sind und auf der Baustelle raus sind. Mach doch Platz. Mach doch Platz. Mach doch Platz. Wie wird die Straße knapp? Lalalalalala. Was ein Beginn von meinem letzten Arbeitstag vor dem Urlaub. Yo, 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 yo. Ich wusste gar nicht, dass Guinness auch einen Monza, also Energy herstellt. WTF? Was ist das denn? La Cucaracha, la Cucaracha. Das mache ich immer auf die Dose. Gibt es hier irgendein Gewinnspiel, dass man was in Dosen findet und, äh... Wer die Kugel in der Dose findet, äh... Gewinnt eine Million. Und, äh, so. Ah, jetzt piek ich mich mit dem Messer in die Brust, Alter. Och, nee. Hier, mit dem Ding. Ich wollte das einklappen und ich... Das ist irgendwie so komisch und... Pieck! Hoch, zu mir. Hoch, runter, runter. So. Ich muss hier... Hör mal auf zu blasen, Mensch. Messer. Für die... Dose. Ich weiß, was das ist. Also können wir uns das sparen. Mit dem Messer. Das ist, ähm... Das innenliegende Verschlussteil. Hat sich gelöst. Ii, geht. Ii, geht, 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 geht. Ach, pinkeln wollte ich ja. Äh, Matheur zu machen. Moment. Ah, nicht ganz zu. Ich bin ja so ein gebranntmarktes Kind. Das ist mir Arctus-Kranker damals gewesen. Hat ich euch schon mal erzählt, ne? Schlüssel hat gesteckt. Ich steige aus, Matheur zu, Rums, Ergäber zu. War nicht da doof gestanden. Knoblauch 10. So riecht das hier auch. Alter Schwede. Keiner da. Keiner da. Lerum, Larum, Löffel stieh. Wo ist er denn? 13,000 Meter. Nee, voll. Äh, Moment. Alle will zuhause. Hättest du ja mal Papiere mitbringen können. Papier. Komplett von. Ja, 13,6. Draußen. Gut. Stell dir mal draußen hin. Dann kann ich gleich mal gucken. Wo drehe ich denn jetzt hier? Ich bin ja auch ein Held. Im Erdbeerfeld. Ich komme mal hier so rum. Das ist wohl SG1112. Ich komme hier gar nicht rum. Leute, ich habe mich festgefahren. Palim, palim. Nein. Nicht. Nein, nicht mit einem Lkw-Youtuber. Wir fahren uns hier nicht fest. Nein. 1115. Nee, ich brauche 1112. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. So, holen wir jetzt aus. Dann fahren wir mal da. Schön dazwischen. So. So. Oh, stopp. Ein Stück vor. Ein Stück vor, ey. Ein Stück vor, ey. So. Oh, jetzt. Entschuldigung. Diese scheiß Warnwesten. Das ist ein Stück hier. Überall. Hm. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Was ist denn hier los? Was ist denn das jetzt hier? Die Scheiße, die Scheiße. Ach, verdammte Scheiße. Was? Ach, verdammte Scheiße. Ach, ich weh die. Oh, ey. Ich müsste mal im Mund nehmen. Ich stelle mich hier auch an wie der erste Mensch. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ich muss da rauskommen. Das ist das Schöne. Oh hey, alle haben neun auf wieder, da es rutscht alles. Ich stelle euch da mal hin. Das hört doch stehen in allem, verdammt. So, jetzt hol ich meinen. Hehehe, jetzt geht die Sache anders rum. Oh, ist aber drin. Nichts mehr im Mund nehmen. Ach ne, andere Richtung. Ja. Zu. Knippchen drücken. Brückt euch, brückt euch. Jetzt habe ich noch 2.000 Kunden, lasse ich mich da abladen, dann fahre ich nach Neuesenburg. Ja. Wenn ich hoffe, dass der Auf wieder fertig ist, dann tausche ich meinen Trailer und dann geht es nach Hause in den Urlaub. Geil. Ihr seht, folgt mir auf Instagram, seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Tür noch mal. Oh, Handschuhe wieder anziehen. Ohohoho. Ja. Haha, freihändig. Ein Falco lernt dazu. Ah, wir müssen den Auflieger hochpumpen, weil das Tor höher ist, wie sonst üblich. Ah, die Lüftaktel geht runter. Ach. Ach. Alter Auflieger. Junge. Haha, den nachher zukriegen. Guck mal. Ach ne, da habe ich mir ja Lust zu, alter. So, Fußpressgang und dann fahren wir mal zurück bis es scheppert. Ich kann auch gefühlvoll. So, Tasche nach da, das nach da, Falco nach hier. Stockstadt, ne? Man lässt hier arbeiten. Ich liege mir jetzt ins Bett. Ja, Abschlussfahrt mit meinem schicken Silbergewand. Ja, hofft was hier hat euch gefallen. In dem Sinne, ich bin raus. Euer Falco. Ich fahre jetzt nach Hause. Dann habe ich zwei Wochen Urlaub. Chao. Tschöin. на Handeatschle ... Bis zum nächsten Mal.